Und in Berlin begrüße ich Angelika Hellemann, stellvertretende Politikchefin bei der BILD am Sonntag. Frau Hellemann, Extinction Rebellion, das heißt ja auch ziviler Ungehorsam. Damit tut sich die Regierung und die Politik allgemein viel schwerer als mit dem netten Friday for Future, wo es ja nur so um Schulschwänzen ging. Ja, das stimmt. Ich glaube aber auch, dass sich dann Teile der Bevölkerung damit schwerer tun werden. Also erst mal leuchtet es, glaube ich, nicht allen Leuten ein, dass Autos, die im Stau stehen, dann plötzlich keine Abgase mehr produzieren sollen. Sie werden nämlich trotzdem sogar noch mehr Abgase produzieren. Und ich glaube, dass diese Form des Protestes die Spaltung dann weiter vorantreiben wird, wenn Leute nicht zur Arbeit kommen können, wenn sie nicht zum Einkaufen kommen können und so weiter und so weiter. Wie glauben Sie, dann wird die Politik auf dieses Phänomen Extinction Rebellion jetzt reagieren? Weil bei Friday for Future war es ja eher so, dass man auf diese Bewegung zugegangen ist. Die Symbolfigur war ja auch sehr friedvoll. Wird man jetzt genauso das Gespräch wieder suchen? Was ist Ihre Einschätzung? Ja, vielleicht wird man das Gespräch suchen. Das Gespräch wird aber immer schwerer, weil die Bundesregierung ja auch gerade ihr Klimapaket noch mal weiter abgeschwächt hat. Und das ist das eigentliche Problem. Also das heißt, die Demonstranten sehen, dass denen hat das eigentliche Klimapaket schon nicht gereicht. Und jetzt plötzlich entscheidet die Bundesregierung, na, 2040 gibt es kein Ziel. Und das, worauf sie so stolz waren, dass jedes Jahr ein Expertenrat gucken soll und überprüfen soll, ob die CO2-Einsparungen vorangehen und das eben für die einzelnen Sektoren, also für den Verkehr, fürs Bauen und so weiter, ob das dann wirklich funktioniert oder ob eben andere Maßnahmen getroffen werden müssen, wie autofreie Sonntage oder sonst was. Das soll es jetzt alles nicht mehr geben. Das ist komplett abgeschwächt worden, weil eben offensichtlich die Parteien und vor allen Dingen die Union von ihren Wählern und Unterstützern zurückgespiegelt bekommen hat. Also Klimaschutz ist ja schön und gut, aber wenn er uns betrifft, dann halt vielleicht doch nicht. Und dass es jetzt wieder so eine halbe Rolle rückwärts gibt, das wird halt beide Seiten weiter aufschaukeln. Deshalb glaube ich, dass es eher zu einer weiteren Sprachlosigkeit kommt. Sprachlosigkeit in diesem Bereich, sagen Sie. Wir kommen noch mal zu einem anderen Thema, das das politische Berlin ja beschäftigen wird. Und das ist die Lage der CDU und die Suche nach einer möglichen Kanzlerkandidatin oder nach einem möglichen Kanzlerkandidaten. Die junge Union, die hat ja Ende der Woche ihren Deutschlandtag, hat ja gefordert, es soll jetzt eine Urwahl geben, damit man weiß, wer die Union in den nächsten Wahlkampf führt. Die Führungsspitze hat das sofort zurückgewiesen. Paul Ziemiak hat ja gesagt, der Generalsekretär der CDU hat gesagt, das sieht er nicht unbedingt als den besten Weg. Was ist da momentan? Wie sind die verlaufen, die Fronten da momentan? Ja, da kann man sehen, dass der Autoritätsverfall von Annegret Kramp-Karrenbauer doch wahnsinnig schnell voranschreitet. Diese ganze Urwahlidee hat eben nur einen Grund. Man will Annegret Kramp-Karrenbauer als Kanzlerkandidatin verhindern, weil es in der Union immer mehr Stimmen gibt, die ihr eben die Kanzlerkandidatur nicht zutrauen. Und so versucht man das als Vehikel zu nehmen. Also du musst dich nochmal der Basis stellen und eine Abstimmung gewinnen. Und damit wollen wir dich verhindern, weil dann eben andere uns genehmere Kandidaten aus Feld kommen. Und das ist für eine Partei wie die CDU schon ziemlich erstaunlich, wo es doch eigentlich sonst immer sehr klare Machtstrukturen gegeben hat. Das erinnert so ein bisschen an die SPD. Die hatte auch immer Vorsitzende, denen sie dann aber nicht wirklich gefolgt ist. Und wo es immer ein Gemecker gab. Und den einen ging es in der einen Richtung nicht scharf genug, den anderen in der anderen Richtung nicht. Und das fängt jetzt eben auch in der CDU an. Und dazu kommen halt die schlechten Umfrageergebnisse. Die Union dümpelt bei 27 Prozent. Jetzt haben sie gerade in Sachsen mit Mühe und Not es nochmal geschafft, stärkste Partei zu werden. Aber das Thüringen-Ergebnis wird wahrscheinlich auch ein sehr hässliches werden. Und all das nützt eben Annegret Kramp-Karrenbauer überhaupt nicht. Das war Angelika Hellemann, stellvertretende Politikchefin der BILD am Sonntag. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.